Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film R, der große Wurf. In diesem Film geht es um die Firma Nike. Denn Nike hat ein Problem, denn hinter Adidas und Converse spielen sie nur die dritte Geige in Sachen Sportschuhen für Basketballspieler. Aber sie möchten versuchen natürlich ihren Stand zu verbessern. Und somit hat der Chef Phil Knight, gespielt von Ben Affleck, den man zum Beispiel aus Batman vs. Superman kennt, 250.000 Dollar locker gemacht. Um, was für die 80er Jahre natürlich eine Menge Geld ist, mehrere talentierte Basketballspieler mit Nike-Schuhen auszustatten. Was aber wirklich gar nicht so leicht ist, denn Nike hat einfach ja überhaupt kein Standing, obwohl sie dritt platziert sind und glaube 17% oder sowas Marktanteil haben. Interessiert sich kein Schwein für Nike in Sachen Basketball. Also, sein Freund und auch Berater, Sonny Vaccaro, gespielt von Matt Damon, den man zum Beispiel aus die Bourne-Identität kennt, hat eigentlich ganz andere Pläne. Denn bei einem Meeting, wo auch zum Beispiel Vizepräsident Howard White, gespielt von Chris Tucker, kennt man natürlich aus Rush Hour, Rob Stressor, gespielt von Jason Bateman, den man aus Kill the Boss kennt, ein Meeting hatten und diverse Namen durchgegangen sind, wollte Sonny eigentlich auf Verdei und Verderb Michael Jordan für die neuen Schuhe haben bzw. nach Nike bringen. Was aber eigentlich unmöglich ist, weil Michael Jordan ein absoluter Adidas-Fanboy ist bzw. überhaupt kein Interesse an Nike hat und eigentlich auch über dem Budget liegt. Aber davon wollte Sonny Vaccaro eigentlich gar nichts wissen, denn für ihn steht felsenfest, Michael R. Jordan ist die nächste große Sensation für das Basketball. Er setzt sich auch mit dem Agenten von Michael Jordan zusammen bzw. ruft ihn an, David Falk, gespielt von Chris Messina, den man zum Beispiel auch aus Birds of Prey kennt. Und auch der hat eigentlich absolut überhaupt keine Lust, irgendwie irgendwas in die Wege zu leiten, weil das Geld, was Adidas und Converse Michael R. Jordan geben, ja schon extrem hoch ist und er überhaupt nicht glaubt, dass Nike überhaupt so viel Geld locker machen wird. Aber er hat dann Bill Knight so in den Ohren gelegen, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, versuch es und wenn du irgendwie es schaffst, ein Meeting mit Jordan hinzukriegen, dann sehen wir weiter. Ja, aber da der Agent abgesagt hat bzw. überhaupt keinen Bock hat, irgendwie da was in die Wege zu leiten, tut Sonny einen gewagten Schritt, denn er fährt zum Haus der Jordans hin und möchte die Mutter von Michael sprechen. Die Mutter von Michael Jordan wird gespielt von Viola Davis, die man zum Beispiel aus The Woman's King kennt. Und Sonny erklärt Jordans Mutter, was er mit Michael Jordan vorhat und was er in Michael Jordan alles sieht. Und was er denkt, was die anderen Firmen mit Michael Jordan vorhaben und was er denkt, was sie aus ihm machen werden. Und er schließt mit ihr eine Wette ab und dass er hundertprozentig weiß, wie die Meetings ablaufen werden, hundertprozentig weiß, was sie sagen werden und so weiter und so fort. Und wenn er recht hat, dann werden sie auch ein Meeting mit Nike machen. So gehen ein paar Tage ins Land und es gibt einen Anruf, wo dann gesagt wird, dass Michael Jordan mit Mutter und Vater bei einem Meeting ein Meeting mit Nike haben möchten. Und dieses Meeting wird alles verändern. So zur Vorgeschichte, ja. Groß Spoilern kann man ja bei dem Film nicht, denn Michael Jordan ist uns alle bekannt und Nike ist ein echt großer Player geworden danach. Von daher ist das kein wirklicher Spoiler, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Aber muss sein, der Film ist unfassbar gut gemacht. Unfassbar. Vor allem ist das ja auch eines der ersten Filme von der Filmfirma von Ben Affleck und Matt Damon. Die haben ja jetzt eine eigene Filmfirma gegründet. Und echt genial. Also, ob das jetzt alles hundertprozentig jetzt so wahr ist, wie das da in dem Film vorkommt, ich glaube, das weiß keiner von uns. Aber für den Film ist das richtig gut gemacht. Der Film ist ruhig vom Erzähltempo her, aber es ist immer eine gewisse Spannung da. Und dann gibt es diese Höhen und Tiefen. Der Film ist teilweise eine richtige Achterbahnfahrt und der ist nie langweilig. Vor allem auch die anderen Schauspieler wie Jason Bateman oder Chris Messina, die sind da echt wichtig. Und die machen da auch einen unglaublich guten Job. Und wie sie dann da auch alles überlegen, was man machen kann, wie man es machen kann, dies und das. Und wie sie sich da teilweise die Nächte um die Ohren schlagen, um Michael Jordan dazu zu kriegen, für Nike zu unterschreiben. Es gibt ja diesen Kritikpunkt, dass da Michael Jordan dann nicht wirklich gezeigt wird und so weiter und so fort. Und ja, der Kritikpunkt kann man zwar verstehen, aber die bauen die Story wirklich richtig gut drumherum. Die bauen die Story richtig gut drumherum, indem sie wirklich mehr so die Mutter so ein bisschen da in den Fokus setzen. Weil die Mutter jetzt so ein bisschen so das Oberhaupt der Familie ist und so ein bisschen alles so für Michael regelt und dies und das und so. Und da stellt man dann einfach so ein bisschen die Mutter da im Vordergrund anstatt Michael Jordan selber. Und es geht ja auch mehr so, auch mehr um Nike und das alles und so. Und das ist richtig gut gemacht, ey. Ich war mit einem Kollegen im Kino, der wusste jetzt nicht so hundertprozentig, was er von dem Film halten sollte, von den Trailern her und so. Und jetzt, als er aus dem Kino rauskommt, dachte er auch, echt Hammer, ey. Der war auch wirklich begeistert und wie das so alles wohl damals gewesen sein muss. Also man kann sich da wirklich echt gut hineinversetzen. Wie dann das so war mit hier rumtelefonieren und da rumtelefonieren und so. Und dies und das. Und dann wirklich nicht den Flieger zu setzen, sondern zu Michael Jordans Mutter zu fahren und dies und das. Einfach mal so den Agenten zu übergehen. Es ist echt super, ey. Also der Film macht einfach Spaß. Der Film ist echt genial gemacht. Also ich kann den Film echt nur empfehlen. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, also er, der große Wurf, ist auch für mich filmisch wirklich ein großer Wurf. Den da Ben Affleck und Matt Damon gelungen ist mit ihrer neuen Filmfirma. Kann ich echt nur sagen, ihr habt echt einen tollen Job abgeliefert. Also, schauspielisch sind mit Damon und Ben Affleck sowieso richtig gut. Aber mit dem Film haben die sich echt was Gutes gemacht, ey. Mit dem Film haben die echt was Gutes gemacht. Also, man kann sich da wirklich hundertprozentig hineinversetzen. Die haben diese knisternde Spannung, die da die ganze Zeit in dem Film ist, haben die echt immer gut mit reingepackt. Dieses, dieses Achterbahn der Gefühle. Kommt es? Passiert es? Ja? Nein? Und dann hier wieder ein Rückschlag und dann geht es da doch wieder nach vorne. Dann sucht man hier wieder einen Weg, der wieder fehlschlägt, aber dann wieder ein anderer Weg gefunden wird. Echt genial, Leute. Also, dieser Film ist wirklich sehenswert. Dieser Film ist echt sehenswert. Man hat auch so viele Details geachtet und so. Man hat auch wirklich am Anfang auch schon durch Einblendungen von verschiedenen Serien, Filmen und Sportveranstaltungen schon die Leute versucht schon mal wieder in die 80er hinein zu versetzen und auch viel 80er Musik da drin gewesen, um die ganze Stimmung da reinzupacken. Das ist ein echt guter Ansatz gewesen, um die Leute schon mal von vornherein zu sagen, Ihr seid jetzt hier wieder in den 80ern und das war genau der richtige Ansatzpunkt schon mal für den Anfang. Ja. Also für mich ist der Film echt super. Den Film kann ich echt nur krass empfehlen. Somit gebe ich den Film die volle Punktzahl. Also, volle fünf Totenköpfe, weil ich wüsste jetzt nicht, wie man den Film hätte besser machen können. Klar, man hätte jetzt noch einen Michael Jordan reinpacken können oder so, da hat man wahrscheinlich nicht die Rechte oder die Lizenzen für gekriegt, was ja auch okay ist, wenn man jetzt Michael Jordan nicht hat. Dafür haben die dann alles andere drumherum richtig gemacht. Da haben die alles richtig gemacht. Also, wenn man schon Michael Jordan nicht richtig präsentieren kann, dies und das, braucht man die Geschichte drumherum. Und man setzt die Charaktere, die da mit drin sind und mit drumherum sind, dann einfach in den Fokus. Und das haben die sehr gut gemacht. Also, ich bin da hundertprozentig zufrieden. Also, das haben die echt gut gemacht. Und ich würde auch sagen, wenn die Qualität von den anderen Filmen, die demnächst aus dem Studio rausfallen, so gut ist, dann perfekt. Dann werden die richtig gute Filme machen und da werden wir uns richtig über richtig gute Filme freuen können. Ja, das war die Filmbewertung zu Erd, der große Wurf. Wenn euch gefällt, was ich mache, drückt den Like-Button und drückt auch den Abonnieren-Button. Dann werdet ihr weiter mit Filmbewertungen von mir versorgt. Und natürlich schaut auch in meine Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, durch die ihr meinen Kanal unterstützen könnt. Und wo ihr vielleicht auch selber von profitieren könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.